Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Oh, you touch my tra-la-la. Hören Sie den Beschuss, nicht? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Stacke. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das ist unerhört. Und erhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vor dem Stattkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn.